Einen schönen guten Tag und willkommen zurück zu Wolfenstein 2, The New Colossus. So, dann würde ich da weitermachen, wo ich letztes Mal aufgehört habe, nämlich... Diesmal werde ich den Überkommandant... Na, wie heißt der nochmal? So, den Überkommandant... Achso, Albert Große jagen, der New Orleans Lakeview. So, versteckt ist. Gut, dann würde ich mal sagen... Zack. Hier ist der. So, dann würde ich mal sagen, ab Richtung New Orleans. Okay. Okay, äh, zack. E-Postcard? Ah, von Nashville? Hahaha. Heute sind wir hier nah, warum? Ich bin Kämpfer, kein Schrotzer. Das ist die falsche Frage, Adolf. Warum? Wir wurden ausgebildet, um Terroristen zu töten. Warum sollen wir die Reste eines kaputten Kampfroboters mehr haben? Die eigentliche Frage lautet, warum muss der Kampfroboter geborgen werden? Tja, bestimmt ist er sehr teuer, oder nicht? Er ist wahnsinnig teuer. Schätzungsweise über 100 Millionen. Aber sind wir nicht die reichste Zivilisation der Menschheit? Kann das Militär den Verlust nicht verkraten? Ist das Militär pleite? Das sind die eigentlichen Fragen. Scheiße. Du hast recht. Ich habe gesehen, wie einer zerstört wurde, aber damals landete er einfach auf dem Müll. Wenn das Militär so knapp bei Kasse ist, dass wir Teile aus Kampfzonen bergen müssen, äh... Tja, das ist mir nicht gut so. Ganz richtig. Aber das solltest du für dich behalten. Wir sollten nicht noch mehr Unruhe in diese unsicheren Zeiten bringen. Das war's dran, Maler. Ah, okay. Die Soldaten hinterfragen schon langsam halt die... äh... Situation, warum die hier einen kapotten Kampfroboter sichern sollten. Anscheinend ist das deutsche Militär pleite. Okay, ich habe hier keine Karte. Gut, da oben komme ich nicht weiter. Mal schauen. Okay, da sind die. Ich schaue mich hier nochmal einmal hier um. Okay, ein bisschen Diesel. Okay, sonst geht's hier nicht weiter. Gut. Gut. Okay, da läuft noch einer. Ich glaube, der wollte was sagen. Okay, da vorne sind welche. Ich glaube, der geht jetzt... Weg, okay. Okay. Ich schaue mich hier nochmal um ein bisschen. Puh, das war knapp. Okay, der Office ist irgendwo da hinten. Wie komme ich an den ran, ohne Alarm auszulösen? Ich schaue mich an den ran. Das ist halt so. Stehenbleib! Okay. Noch kein Alarm ausgelöst. Ach, da hinten läuft der. Perfekt. So, der ist fertig. Okay, mit denen habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Boah! Okay, Dieselgewehr. Der hat einen großen Wachhund gehabt. Ach, verdammt. Okay, nochmal. Okay, das waren die beiden. Okay, die sind jetzt ein bisschen wachsamer geworden. Okay. Oh, Tor. Oh, der Wunsch steht ja noch, der Batzer Wunsch. Heiß, 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 heiß. Ah, jetzt klemm ich hier fest. Wow, okay. Okay, okay, komm mal her. Wo ist der? Boah, schnell weg. Okay, das war ein bisschen knapp die Geschichte. Aber gut. Habe ich hier noch was vergessen? Nein, habe ich nicht, okay. Okay, Konzeptgrafik. Äh, bisschen Rüstung könnte ich noch brauchen. Zack, noch ein Helm. So, dann mal schauen. Okay, da hinten hätte ich noch paar Sammlerobjekte. So. Okay, Munition. Sturmgewehr Munition nehme ich mal mit. Ah, jetzt geht es Richtung Kanäle. Oder? Ja. Ah, Gold. Ach, Anja. So, okay. Irgendwann in Abwasserkanäle sollten auch die Schulterpolster sein. Okay, Heilung. Keiner da. Mal schauen. Ja gut, dann eine Runde schwirren. Okay, ich habe hier keine Schulterpanzer gesehen. Oh, ja, ich muss nochmal zurücklaufen. Ich habe noch ein Sammlerobjekt übersehen. Ich habe noch ein Sammlerobjekt übersehen. Ach, ei, 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 ei. Ich gehe mal hier entlang. Ich gehe mal hier entlang. Okay. Und was haben wir hier noch? Zeitungsartikel? Oh ne, dann bin ich soweit hier fertig. Ich. 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 Okay. Oh, da ist ja noch einer. Ah, verdammt. Wow. Okay, wir haben da zwei super Soldaten. Okay, ich ziehe mich mal zurück. Okay. So. Okay, das war's mit Albert Großer. Okay, mal schauen, was sagt noch die Karte? Ah, hier habe ich noch einige Sammelobjekte noch. Wie? Eine Rakete für Max? Okay. Ja, irgendwo ist, glaube ich, noch eine Drohne unterwegs. Was haben wir hier noch? Ach, hier die Karte. So, einmal die komplette Karte. E-Post. Oberkommandant Große, E-Post. So, noch eine Konzeptzeichnung. Irgendwo ist noch eine Drohne unterwegs. Ach, ich glaube, die ist da oben im Gebäude. Steckt die fest. Okay. Hier ist noch eine Star-Karte. Rüstung, Rüstung, Gesundheit. Okay, mal schauen. Okay, die ist soweit voll. Okay. Ja gut, so wie es aussieht, bin ich jetzt hier fertig. Okay. Äh, Maxed Out. Okay, äh. Ach, das ist die Kampfpistole. Ja. Die ist schon voll. Nö, dann bin ich soweit fertig. Dann würde ich mal sagen, zurück zu Evas Hammer. Äh. Das ist schon voll. Okay. Ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Wunderbar, ich bin ja. Okay, ich bin ja, ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja, ich bin ja. Ein Pierremot. Ich bin ja, ich bin ja. Ich bin ja. So. Und dann mal schauen, wer das Nächstes dran ist. Oder wem ich nächstes Mal jagen werde, halt. So, das wäre dann der Ackermann. New Orleans Wall. Gut, Ackermann, Ackermann, Ackermann. Das ist Otto Ackermann. Werde ich dann nächstes Mal jagen. Oh, was hat denn hier? Ich kann mit dem Ball noch nicht mehr interagieren. Der Schatten erst. Ja gut, dann würde ich mal sagen... War es das auch wieder fürs Erste? Nächstes Mal werde ich dann den Überkommandant Otto Ackermann jagen. Ansonsten, wie gesagt, war es das auch fürs Erste. Ich hoffe, es hat euch gefallen, das Ganze. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis bald und Tschüss.